Die betriebsbedingte Kündigung stellt in der Regel darauf ab, welche Veränderungen es im Unternehmen gegeben hat, die dazu führen, dass ich das Arbeitsverhältnis nicht fortsetzen kann. Sprich ist der Arbeitsplatz weggefallen, Frage des digitalen Wandels, dass bestimmte Tätigkeiten nicht mehr im Unternehmen da sind und deswegen ist es so, dass bestimmte Berufsgruppen auch weniger beschäftigt werden oder habe ich einen Auftragsrückgang, habe ich eine Verteilung der Arbeit auf weniger Menschen, das ist so in dem Bereich der Betriebsbedingung, also es mag Gründe geben, die von innen kommen, weil der Arbeitgeber umstrukturiert und Gründe, die von außen kommen, weil ich meinetwegen weniger Aufträge habe.